25 Jahre Jubiläum, 25 Jahre Partnership, zu Recht eine Spitzeleistung. Wir haben schon Kollegen hier von der ersten Stunde. Ich nenne das immer die treibenden Kräfte von unserer Organisation. Ich fühle mich als Teil eines großen Teams und damit meine ich nicht nur bei uns die Lage Landen in Düsseldorf, ich meine meine Außendienstkollegen, ich meine damit meine Händler, meine Kunden und ich meine damit ECO. ECO Finance als Einzelperson geht nicht, es ist das Team, was ECO Finance erfolgreich macht und ohnehin geht es nicht. Ob es nun der Innendienst ist, Kundenbetreuung, ob es Sales ist. Wir im Sales Support tragen glaube ich unser Herz auf der Zunge, wir gehen auf andere Menschen zu und sind einfach sehr offen und das zeichnet uns aus. Also das Schöne bei uns ist einfach, dass es super vielfältig ist, weil jedes Telefonat ein anderes ist oder jeder Kunde ein anderer ist. Also unsere Kollegen im Innendienst, muss ich wirklich sagen, unterstützen uns hervorragend, gerade weil wir viel draußen sind, dass die wirklich verstehen, was wir brauchen, was der Handel braucht und unsere Kundschaft. ECO Finance bietet seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket, attraktive, maßgeschneiderte Finanzierung, aber auch ein interessantes Versicherungspaket. Zum ECO-Konzern gehören folgende Marken. Fendt, das ist der Marktführer, Massai Ferguson und weiterer. Das sind sehr hochwertige Maschinen, die wir hier bei ECO Finance anbieten und die sollen natürlich optimal geschützt sein. Im Grunde betreuen wir unsere Kunden, unsere Händler und auch die Kollegen bei allen Fragen rund um die Versicherungsprodukte. Und im laufenden Prozess arbeiten wir Hand in Hand mit den Kollegen von der Kundenbetreuung. Die Kundenbetreuung ist quasi für die gesamten Anliegen der Kunden während der Vertragslaufzeit zuständig. Wir sprechen mit dem Kunden, wir sprechen mit unseren Partnern und mit den Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen. Und das macht, finde ich, den Mehrwert aus, weil man als Team versucht, die beste Lösung zu finden. Meine Kollegen sind sehr freundlich, lustig, witzig. Wir sind auch oft auf familiärer Ebene unterwegs. Das ist wirklich wie eine Familie. Wir können uns alle sagen, erzählen, weil wir auch wirklich alle von Beginn an bei ECO Finance waren. Die Teamsitzung ist sehr, sehr wertvoll oder kann helfen, aber ist durch nichts zu ersetzen der persönliche Kontakt. Es ist immer total schön, wenn man nach Düsseldorf kommt. Man kommt rein, man geht erstmal durch die Gänge. Es ist halt einfach schön, die Leute dann auch mal vis-a-vis zu sehen. Jeder Kunde ist anders, jeder hat andere Bedingungen. Und das, was für mich immer auch wichtig ist, dass es sich um Menschen handelt und dass die Geschäfte immer Menschen tun. Deswegen sage ich immer, bei allen, was wir tun, Mensch bleiben. Die ECO Finance kann man ganz gut mit dem Wort Leidenschaft beschreiben. Familie. Absolut zuverlässig. Lösungsorientiert. Zusammenhalt. Zuverlässig. ECO Finance ist wirklich dynamisch und schnell und ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff, der zu unserem Unternehmen passt.